die dhv news vom 24 juni 2022 cannabis normal konferenz war knorke bzga junge menschen kiffen mehr und trinken weniger herzlich willkommen bei den dhv news haben wir mal wieder eine normale news ausgabe hier mit vorbemerkungen und zwar habe ich erstmal ein hinweis auf ein tomatolix video einigen von euch vermutlich bekannt der mann mit seinem kanal und er hat eine cannabis legalisierungs doku gemacht mit etlichen interviews und so weiter und die frage war woran kann möglicherweise die legalisierung noch scheitern da bin ich bitte auch dabei mit ein paar interviews schnipseln genauso wie bekannte doc steinmetz fabian steinmex toxikologe bernd verse vom schwedower kreis und kamen wegge von der spd kennt ihr auch also lauter gute legalizer und keine thomasius in dieser doku also von daher mal keine falsche balance eingebaut von wegen da muss aber noch ein gegner mit einbauen jetzt da sondern eben wirklich nur leute mit guten argumenten guckt euch mal an und dann noch ein hinweis wir haben ein produkt wieder im shop war zwischendurch aus verkauft jetzt wieder da bisschen anders bedruckt unsere pure wise filter zum zum filtern von rauch hier so dinge da steht auch deutsche handverband drauf deswegen filtern die auch noch besser das hat nämlich mit dem text auch zu tun der drauf gedruckt ist und ja wir filtern ja blödsinn immer gut weg von daher sind auch diese dinger bestimmt toll wieder zu bestellen im shop beim dhv online shop zu finden auf handverband.de da ist auch so ein button in der sidebar oder am handy irgendwo unten dhv shop filter so noch ein hinweis viele von euch warten wahrscheinlich die ganze zeit schon dass wir endlich mal wieder ein newsletter verschicken wir haben da gerade ein bisschen technische problem unter anderem ja abgesehen davon dass wir tierisch viel arbeit hatten die letzten wochen klar richtung kann und bis normal konferenz richtung anhörungen und so vollkommen system überlastung hier sozusagen konzentration aufs wesentliche aber tatsächlich haben wir jetzt auch ein technisches problem noch zusätzlich was wir mal gucken müssen ob wir noch mit dem alten system verschicken oder anders wie auch immer auf jeden fall nicht wundern ja dass das nach wie vor noch nicht wieder in die gänge gekommen ist mit den newslettern so cannabis noch mal konferenz wir haben es geschafft hat war ja die große nummer des halbjahres für uns das ganze team hat wie verrückt darauf zugearbeitet wirklich alle ja super teamleistung hier nochmal also nochmal danke hier rundherum an alle die jetzt gar nicht mehr da sind im büro bis auf martin natürlich großartige leistungen dazu auf die beine zu stellen da vor ort ich habe mit der ganzen orga selber überhaupt nichts zu tun gehabt nur mit den inhalten aber wir sind auf jeden fall beseelt begeistert beimpft mit eurem input mit euren meinungsbildern die wir da abgefragt haben das hat alles ganz gut funktioniert das hat alles reinzuholen sowohl technisch mit den abstimmungen da in den sessions ja eben als auch euch zuzuhören ja in jeder hinsicht auch schon finger schon an mit der podiumsdiskussion am freitagabend die auch schon online ist jetzt haben wir auch schon ja weiß ich nicht bald 20.000 leute gesehen die die geschichte mal wieder da lohnt sich das für die politiker richtig zu uns zu kommen und da zu reden da hören doch paar leute zu und da vielleicht auch nochmal der hinweis da da waren auch interessante geschichten nochmal drin in der podiumsdiskussion nicht nur gute statements auch aus dem publikum ja muss man auch nochmal sagen und betonen da kamen ein paar ganz gute klopper sozusagen ja die auch die politikerinnen dann mitnehmen von der cannabis normal konferenz aber auch der hinweis was ich so jetzt noch nicht gehört hatte das tatsächlich noch nicht klar ist ob cannabis aus den anlagen betäubungsmittelgesetzes rausgenommen werden soll also speziell anlage 1 wo die verbotenen substanzen drinstehen die halt nicht gehandelt werden dürfen da steht cannabis ja im moment noch drin und nach meinem verständnis muss das da raus und kam weg meinte aber das wäre noch nicht so ganz klar und vielleicht würde man das ja auch alles innerhalb des btmg regeln also das höre ich zum ersten mal interessant ja ich kann mir nicht vorstellen dass das geht aber wenn euch das näher interessiert ja guckt euch das video an hier im kanal zu finden und link in der video beschreibung ja und dann kriegt ihr auch gleich was von der stimmung mit vor ort genauso wie mit dem nächsten video wir haben schon drei videos online von der konferenz das andere war also nur so mut bilder ja so vier minuten zwanzig einfach mal ein bisschen drauf gehalten mal ein bisschen geguckt wie hat war das feeling so auf der konferenz ja was war da so los und wie hat die so funktioniert einfach mal ein bisschen wirken lassen ja das vier minuten wer da bock drauf hat und dann noch ein video nämlich die verleihung des hanfadlers und ja der ganzen session die dazwischen war ihr habt eine ganze stunde dann nochmal die nicht jetzt nur verleihung hanfadler war sondern eben diese ein bisschen glamouröse zeit dann zwischen der ganzen arbeit in den sessions der ganzen inhaltlichen detail diskussionen vor der party die dann noch stattgefunden hat eben preisverleihung ein bisschen anderes klimbim auch online könnt euch angucken ja das waren die drei videos die bisher online sind und jetzt kommen noch die ganzen sessions videos sessions videos was ein wort wir müssen da mal umbenennen diese panels zum beispiel können wir das nennen das ist vielleicht einfacher fast alle ja wir müssen mal gucken kann sein ob wir zwei von den elf sessions die wir hatten nicht online kriegen wegen tonproblemen oder was wenn es da zu schlecht anhört was wir da an tonspur haben dann lassen wir das halt mal bei zwei stück den rest bringen wir aber online nach und nach jetzt in den nächsten wochen ja jetzt nicht mehr so schnell den takt den man diese woche hat nicht jeden tag vielleicht schon einzige woche manu oder so ne aber geht da vorwärts und ganz am ende könnt ihr alle sessions euch angucken die umfrageergebnisse von den meinungsbildern die wir da reingeholt haben könnt ihr euch auch die tage dann auf der seite der konferenz nochmal angucken cannabisnormal.de da werden die auch in den einzelnen sessions nochmal reingepackt ich glaube jetzt ist es noch nicht so weit aber könnte dann doch zum release dieses videos schon soweit sein ja soweit erstmal zu dieser ganzen cannabis normal geschichte video ergebnis aufbereitung ansonsten einfach erst nochmal war wirklich eine tolle stimmung da ich habe auch nur gutes feedback gekriegt ja bis auf irgendwelche ganz kleinen organetails oder sowas waren sie alle doch sehr zufrieden da gewesen zu sein und ja da draußen ihr jetzt zehntausende die nicht da gewesen seid ja ihr müsst euch ein bisschen ärgern ja dass ihr nicht da wart das war schon wirklich super ähm runde sache würde ich jetzt mal so sagen ja wenn das irgendwer anders sieht gerne in die ähm Kommentare hier reinschreiben natürlich auch gerne wenn es euch gefallen hat was euch gefallen hat und so weiter ja können die anderen nochmal mitlesen grün werden von Eid wie auch immer ähm aber gut die anderen hatten ja auch die Möglichkeit auf unserer Homepage die unsere Eckpunkte zu kommentieren die ja jetzt natürlich auch nochmal überarbeitet werden sollen aber zunächst nochmal zum Hanfadler das ist jetzt der nächste richtige Punkt das kann ich natürlich nicht nur nur so eben erwähnen das passiert ist da ja sondern das ist der Preis des Deutschen Hanfverbands den wir angefangen haben 2017 zu verleihen auf der Cannabis Normalkonferenz ja irgendwie eben schöne Übergabegeschichte da kann man Leute wirklich mal ein bisschen feiern die sie verdient gemacht haben die auf die eine oder andere Weise sich für die Legalisierung besonders eingesetzt haben in den Kategorien Wissenschaft Aktivismus und Politik 2018 haben wir es auch gemacht auf unserer Cannabis Normalkonferenz ja und dann eben erst mal drei Jahre nicht mehr 19, 20, 21 gab es keine Cannabis Normalkonferenz erst aus finanziellen Gründen und dann aber natürlich auch wegen Corona ja da war das sowieso kein Thema ähm aber auch jetzt ist nicht klar ob wir weitermachen können damit ja um das auch nochmal zu sagen äh wir haben wie geplant riesen Verluste gemacht damit damit die Tickets überhaupt einigermaßen äh erschwinglich sind wir hatten ja keine staatliche Förderung dafür und wir hatten auch keine großen Sponsoren äh von daher nochmal danke an die Sanity Group dass die äh zumindest überhaupt als Sponsoren mal eingestiegen sind mal eine Firma die gesagt hat ja das ist unterstützenswert aber wenn wir das nochmal machen wollen brauchen wir richtig große Sponsoren die richtig Geld auf den Tisch legen ja also wenn ihr da euch berufen fühlt ähm vielleicht auch exklusiv Sponsor äh der Cannabis normal zu werden ja wenn ihr die Retter sein wollt die das Ganze überhaupt ermöglichen ähm ja dann meldet euch mal ja lasst mal reden so jetzt aber zurück hier zum Thema Hanf-Adler-Verleihung ich brauche schon wieder wieder riesen Spannungsbogen ein wie das sich gehört für solche Geschichten natürlich außer denen die das Video schon gesehen haben ja oder da waren ähm wir haben den Preis diesmal verliehen an Bernd Verse für Wissenschaft Bernd Verse ist beim Center for Drug Research in Frankfurt am Main und Sprecher des Schildoer Kreises und ähm ja im Hintergrund organisatorisch hauptverantwortlich für den alternativen Drogen- und Suchtbericht der ja jahrelang schon rausgegeben wird als ähm ja Alternative eben zu den offiziellen Drogen- und Suchtberichten wo lauter Blödsinn immer drin stand die letzten Jahrzehnte beinahe muss man sagen und da eben auch mal ein bisschen Expertise reinzubringen in so einen Bericht da haben wir den eben selbst rausgebracht ja oder ja ich hab nicht rausgebracht aber immer was geschrieben meistens sind Artikel von mir drin gewesen egal ja ohne Bernd Verse im Hintergrund würde auch das nicht funktionieren Bernd Verse hier und da immer mal wieder auch bei interessanten Studien die gemacht werden da in Frankfurt unter seiner Regie und das sind auch die wo ich dann hier schon mehrfach gesagt hab hier wieder eine Studie da von Bernd Verse aus Frankfurt können da mitmachen blindes Vertrauen ja da ist garantiert dass nicht die Daten irgendwo böse hinverkauft werden oder ihr angeschwärzt werdet bei der Regierung oder sowas ja 100% vertrauenswürdig der Mann hat seinen Wissenschaftsadler auf jeden Fall verdient Laudatio wurde gehalten von seinem Kollegen Gerrit Kamphausen der auch an diesen ganzen Projekten beteiligt ist die ich gerade erwähnt hab also alternative Drogen und Suchtbericht die Umfragen die die machen und so weiter der hat selber eben da auch mitgemischt dann Aktivismus den Adler hat bekommen Ingrid Wun aus ebenfalls Frankfurt am Main ja die Frankfurter haben voll abgeräumt für ihre ewig langfristige Arbeit bei der Handfinitiative am Main oder so ähnlich heißt sie die Initiative jedenfalls lokal da vor Ort in Frankfurt und ja sehr lange schon politisch aktiv trotz körperlicher Beschwerden die halt die Arbeit nicht gerade angenehmer machen oder irgendwie lockerer von der Hand gehen lassen trotzdem nicht unterkriegen lassen seit Jahrzehnten am Malochen für die Legalisierung und ja immer mutig voran ja großartig nochmal auch da an der Stelle danke nach Frankfurt für diesen ewigen Einsatz ja irgendwann haben wir es geschafft Ingrid und Politik Nima Movassat von den Linken der bis eben zur Bundestagswahl im Bundestag war jetzt in Berlin sein Referendariat macht im Justizwesen bis dahin aber richtig vom Leder gezogen hat und an der Legalisierung geschraubt hat mit guten Reden im Bundestag aber auch guten Anträgen im Bundestag gerne auch Zusammenarbeit immer am Start gewesen was uns jetzt angeht ja das hat prima funktioniert da bin ich auch mal eingeladen worden zum Beispiel zu so einem Sommerfest da von der Fraktion eine Handvoll Lobbyisten durfte da jeder Bundestagsabgeordnete mitbringen bin ich gerne mitgegangen ja und mit lauter Menschenrechts Organisationsvertretern irgendwie nichts wie man sich dazu vorstellt mit irgendwelchen Industriepfuzis die da jetzt Wirtschaftsinteressen durchsetzen als Lobbyisten ja das waren alles die Guten wie auch immer ja niemand wo was hat auch hat seinen Handwahl der Kategorie Politik verdient ein paar andere hätten den vielleicht auch verdient die da waren jetzt auch die Politikerinnen zum ersten Mal übrigens rein weiblich besetztes Podium was jetzt die drogenpolitischen Sprecherinnen angeht bei Ates Göppina von den Linken leider einen Unfall hatte und dann kurzfristig absagen musste aber ja aktive Politiker mit so einem Preis zu bedenken ist halt so eine Sache da haben ganz viele Leute dann gleich was von Obama erzählt der einen Friedensnobelpreis gekriegt hat und danach irgendwie Kriege angefangen hätte und das würde ja gar nicht gehen und so weiter und so fort ja das wollte man natürlich vermeiden also die drei kriegen hoffentlich die Legalisierung jetzt fertig und dann kriegen sie auch Preise dafür sofern der Sponsor kommt der uns die Kanoko ermöglicht hängt alles miteinander zusammen im Hintergrund ja mehr erzähle ich jetzt dazu nicht guckt euch das Video an da könnt ihr euch einen ganzen Hanf-Adler-Glamour-Film irgendwie reinziehen von daher reicht das hier an der Stelle wir sind die ganze Woche schon dran am Arbeiten schon wieder am Arbeiten wie die Blöden ich hab mal nachgeguckt letzte Woche bin ich auf 73 Stunden glaube ich gekommen Arbeitsstunden durch die Anhörungen durch die Kanoko Vorbereitungen durch die Konferenz selbst ja irgendwie nur noch am Durchballern und jetzt müssen wir natürlich die Ergebnisse bergen weil nächste Woche stehen schon wieder Anhörungen an ich bin bei drei Anhörungen dabei den drei letzten also drei, vier und fünf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeden Tag von 9 bis 14 bis 16 Uhr oder so Mittwochabends noch ein Briefing für Donnerstag also komplett ausgebucht da schon wieder die ganze Zeit und deswegen auch schon wieder in Eile weil euer Feedback zu den Eckpunkten will ich ja mitnehmen dahin ja also bei den Anhörungen ist ja die erste Gelegenheit persönlich die Eckpunkte vorzustellen die wir ja vorher schon als Entwurf vorgelegt hatten und da will ich natürlich dann jetzt euer Feedback mitnehmen wir haben also jetzt auch mit Kollegen zusammen schon sorgfältig analysiert mehrere Sessions was da jetzt an Meinungsbildern gekommen ist über diese App und haben überlegt wo eine klare Mehrheit anders war als wir das in Eckpunkten bisher hatten oder auch ganz zusätzliche Punkte angesprochen worden die wir noch nicht drin haben und haben halt angefangen das ganze Ding nochmal zu überarbeiten ich weiß nicht ob wir es schaffen das fertige Projekt sozusagen zu veröffentlichen die Änderungen zu erklären bevor die nächsten Anhörungen losgehen aber zumindest im Kopf werde ich dann im Prinzip die Änderungen schon mitnehmen und im Entwurf insofern habt ihr da im Prinzip sogar kurzfristig mitten rein gefeedbackt in diese Anhörungen des Drogenbeauftragten zur Erarbeitung des Legalize-Gesetzes und dann wird auch nicht das letzte Mal sein dass eure Anmerkungen irgendwie wichtig sind weil damit ist der Prozess ja nicht zu Ende mit den Anhörungen da wird jetzt erstmal irgendwann der Entwurf draus gestrickt oder wahrscheinlich sofort wird er gestrickt aber eben wird lange dauern bis zum Herbst irgendwann nach der Sommerpause kommt dann dieser Entwurf und dann geht es ja erstmal nochmal richtig los im politischen Raum im Bundestag dann im Parlament bisher ist das alles auf Regierungsebene und die ganze Zeit werden diese Eckpunkte meine Bibel sein unsere Bibel wenn wir da aufschlagen und kommentieren und so weiter Themen vorantreiben dann sind das die die wir mit euch da abgestimmt haben also die ganze Arbeit habe ich nur aufgeschrieben hier das ist ja richtig das Finale deswegen ist das gar nicht so schlimm mit der ganzen Arbeit ich will nicht rumjammern sondern das fühlt sich auch gut an weil das ja da haben wir die ganze Zeit hingearbeitet das ganze mehr als ein halbes Jahr eigentlich genau genommen seit der Wahl sind wir da ja schon mit zu Gange seit diesem spektakulären Beschluss der Ampel haben wir halt überlegt okay wie gehen wir das ganze Thema jetzt an wie kriegen wir die Legalisierung jetzt durch und wie kriegen wir unsere Details rein in diese ganzen Anhörungen und die ganzen Prozesse und bis jetzt hat das wirklich geklappt wie verrückt wir sind mittendrin in Anhörungen in allen fünf Anhörungen beteiligt und die nächsten drei die jetzt da anstehen nochmal ein bisschen konkreter Dienstag kommt Lieferketten ökologische und ökonomische Fragestellungen ich weiß nicht wie viel ich da jetzt erzählen darf da ist auch die Gliederung jetzt noch nicht da aber da kann man sich schon vorstellen dass das spannende Fragen sind ja wo soll das ganze Gras herkommen so schnell wie möglich was ja jetzt im Moment legal eben nicht da ist und was auch lange dauert 400 Tonnen pro Jahr mal eben so anzubauen ja das geht nicht in drei Monaten wenn man das selbst anbauen will also von daher ist die Fragestellung schon wichtig und irgendwie konsequent vielleicht ist da auch Eigenanbau dann Thema ja mindestens wenn ich verzeige auf jeden Fall aber vielleicht auch sonst dann am Mittwoch Strafbarkeit Kontrollmaßnahmen und Lizenzierung auch ein spannendes Thema ja wie soll denn jetzt überhaupt das Ganze kontrolliert werden nicht nur im Businessbereich ja auch da ist natürlich wichtig welche Behörden sollen überhaupt dafür zuständig sein da mal in den Betrieb reinzugehen zu gucken ob alles hygienisch ist und ob da auch keine Pestizide Kanister rumstehen oder so aber auch privat ja Eigenanbau wer soll das überhaupt dann soll das überhaupt irgendwer kontrollieren ja oder was möglicherweise gibt es auch Anbauclubs Cannabis Social Clubs wer soll die dann welche Behörde soll die überwachen überprüfen mal hingehen mal gucken das muss dann auch alles noch geklärt werden und Strafbarkeit ja was passiert wenn irgendeine Obergrenze eingeführt wird und man liegt da drüber ja meinetwegen man hat zwei Kilo Obergrenze für den Besitz in der Öffentlichkeit ja und man hat zwei Kilo und zehn Gramm dabei dann muss das ja wahrscheinlich irgendwie sanktioniert werden sonst macht ja die Grenze keinen Sinn und dann ist die Frage wie hoch sind dann die Strafen noch nehmen wir mal ein realistischeres Beispiel zehn Gramm Obergrenze ja das kann ja durchaus passieren mache ich elf dabei ja bin ich da mit einem Bein im Knast oder muss da habe ich dann Strafverfahren wie bisher oder ist das irgendwie dann ein bisschen entspannter ja also was ich da vorstelle könnt ihr euch natürlich denken aber die Frage ist was sagen die ganzen anderen Experten dazu oder angehörten Anzuhörenden das wird auch nochmal spannend und dann das fünfte Hearing internationales Expert Hearing mit Dolmetschung Deutsch Englisch die ganze Zeit und das wird auch nochmal richtig spannend und das ist das erste einzige Präsenztreffen die anderen sind alle Online Kamera und so hier im Büro also ich hier im Büro die anderen woanders und das ist vor Ort live mit Leuten und wird live gestreamt also das ist nicht so geheimnisvoll mit was darf ich sagen Gedöns sondern da könnt ihr live zugucken das ist spannend weil ganz viele internationale Referenten da sind die eben da wo fortschrittliche Cannabis Politik durchgezogen wird also insbesondere irgendeine Art legaler Zugang geschaffen worden ist da werden die Leute angehört wie das genau da läuft was die Vorteile sind wie man irgendwie bestimmte Probleme vielleicht vermeiden kann also von Uruguay Kanada Malta zum Beispiel selbst Thailand mit ihrer komischen keiner weiß was los ist Geschichte haben jemand geschickt vielleicht erfahren wir da endlich dann was wirklich los ist in Thailand und so weiter also manches würde ich gar nicht als Legalize Modell bezeichnen von Leuten die da sind aber auf jeden Fall fortschrittliche Cannabis Politik mal sehen deutsche NGOs sind nur sehr wenige dabei also insofern habe ich da wirklich auch eine gute Stellung irgendwie da hat das wirklich sich gelohnt mit unserem Hirnschmeiß mit den Eckpunkten und so weiter da haben sie verstanden da haben wir eigentlich egal welches Hearing so kommen tu den Wort da rein der weiß das alles und hat da überall was sinnvolles zu zu sagen prima in dem Fall fünfte Hearing ist noch der gute Professor Haukapp dabei ein Vertreter von der Deutschen Hauptstadt für Suchtfragen und Dirk Heitepriem vom Branchenverband Kollegen vom Unternehmer seitigen Verband die haben dann auch geschafft jetzt mitzureden in diesen Anhörungen ich glaube bei einer früheren sind sie auch schon mit dabei aber das war dann also vier habe ich jetzt glaube ich gesagt mit mir zusammen NGOs die dann an dem Hearing deutsche Experten die dann mit dabei sind von über 200 die irgendwie dem ganzen Verfahren unterwegs sind das ist schon toll die resten sind dann noch regierungsnahe Stellen da sind schon noch ein paar mehr dabei dann so was wie BZGA oder so da kommen noch ein paar die Länder habe ich alle aufgezählt genau ja also guckt euch das an mit dem Stream da könnt ihr schon mal gucken das ist alles hier verlinkt in der Videobeschreibung wo ihr das findet da mit der Pressemitteilung und der Übersichtsseite von Blinat wie man jetzt da irgendwie in den Stream reinkommt so viel zu der ganzen Geschichte jetzt noch ein paar zwei kleine Kurznachrichten das ist einmal Koalitionsfakt Koalitionsverträge gerade genau hintereinander weg Schleswig-Holstein und NRW obwohl die ja gar nicht gleichzeitig gewählt haben aber die sind jetzt gleichzeitig fertig mit dem Koalitionsvertrag jeweils schwarz-grün und ja wie zu befürchten war steht da nicht drin dass sie dem Bundesrat der Cannabis Legalisierung zustimmen ja das war ja haben wir nochmal gefordert auch Richtung Grüne dass sie da rein verhandeln mit der CDU dass man zustimmt das war vielleicht ein bisschen viel verlangt ja jedenfalls haben sie das nicht gemacht ist auch eigentlich nicht üblich ja muss man auch zugeben aber immerhin die NRW Grünen haben überhaupt darüber gesprochen offensichtlich also beide haben irgendwie Thema Cannabis Stichwort Cannabis findet sich da aber eben ohne eine klare Formulierung im Bundesrat ist und dann bindet das eben auch die CDU nicht und dann bringt uns das auch nichts im Zweifelsfall außer die überzeugen die CDU noch irgendwie wie sinnvoll das ist dazu zu stimmen und wie toll das ist die Legalisierung ja aber das kann mir schwer vorstellen ja bei der CDU und wenn die dann wollen dann können sie auch mit diesen Koalitionsverträgen ja einfach sagen nö das überzeugt uns nicht wir sind dagegen und dann muss sich NRW und Schleswig-Holstein enthalten damit sind diese Länder erst mal verloren was die Bundesratsabstimmungen angeht und die CDU behält ihre Blockade Möglichkeit zumindest ja na klar theoretisch kann immer ein Landesverband der CDU sagen wir finden jetzt doch Legalisierung super in dem Moment wird das natürlich wieder spannend bisher ist das aber nicht der Fall also NRW mit vielen Stimmen im Bundesrat wäre dann raus und Schleswig-Holstein auch nochmal mit ein paar Stimmen und dann ist vor Ende nächsten Jahres damit jetzt kein Land in Sicht was das Ende der Blockade Möglichkeit der CDU im Bundesrat angeht in NRW steht dazu tatsächlich ganz konkret Richtung Bundesrat dass dann ergebnisoffen geprüft werden soll das Gesetz was dann vorgelegt wird ob das wirklich gut für den Jugendschutz ist für den Verbraucherschutz und dann ergebnisoffen heißt halt das wird nicht von vornherein abgelehnt wie die CDU das vielleicht auch gerne gehabt hätte da sind die Grünen da angekommen und haben gesagt wir würden gerne bei Cannabis Legalisierung im Bundesrat zustimmen und die CDU wir würden das ablehnen und haben sie gesagt okay wir prüfen das Ergebnis offen und am Ende bleiben sie dabei und dann ist Enthaltung und Nrw kaputt Niedersachsen nächste Chance im Herbst CDU loswerden und auch die die sich jetzt über die Grünen ärgern ich ärgere mich auch ein bisschen da hätten sie noch fürchterlich viel mehr verhandeln sollen was bei sich große Krise veranstalten sollen um das zu vereinbaren mit der Zustimmung im Bundesrat ja klar sagt man das als Handflobbyist aber die Grünen haben auch wenig Möglichkeiten da weil keine Alternative da ist die FDP in NRW hat gesagt sie wollen nicht in der Ampel Koalition die wäre auch möglich gewesen insofern mussten die Grünen das jetzt mehr oder weniger machen weil Parteien sind dazu da dazu eine Regierung bilden im Zweifelsfall dafür sind die im Parlament machen ja nicht zwangsweise Opposition wir wollen gar nicht mitbestimmen dafür wählt man nicht und irgendeine Regierung muss zustande kommen und wenn die beiden großen Wahlgewinner sind und weniger CDU wählen das ist im Prinzip wichtig und überhaupt wählen gehen dann eben auch weil in NRW sind genau das was wir vor hatten viele Jungwähler eben nicht wählen gegangen und jetzt haben wir den Salat viel CDU gewählt worden so zweite Nachricht Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat mal wieder zum Weltdrogentag der ist übrigens am Sonntag 26 Juni na gucken ob da auch der UN Weltdrogenbericht noch mal rauskommt ja jedenfalls die BZGA hat jetzt mal wieder ihre Studie Moment wie heißt das Ding jetzt genau die Studie der Substanzkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland Ergebnisse das Alkohol Surveys 2021 zu Alkohol Rauchen Cannabis und Trends ja früher hieß das immer die Drogen Affinität Jugendlicher oder so ähnlich also das ist schon interessant weil das natürlich die Entwicklung darstellt wie eben der Konsum bei Jugendlichen so verbreitet ist und hat sich eine Menge getan also gerade weil halt lange Zeiträume hier im Vergleich drin sind in der Pressemitteilung der BZGA und man eben nicht nur immer so kurzfristig Schwankungen zum letzten Jahr sich anguckt und auf 10 bis 20 Jahre je nachdem welcher Vergleich das hier ist sind das schon erhebliche Veränderungen ich trage das mal gerade vor für Cannabiskonsum der Anteil der 18 bis 25 jährigen die schon einmal Cannabis konsumiert haben ist von 34,8% im Jahr 2012 auf 50,8 im Jahr 2021 gestiegen also ein riesen Anstieg um 15 Prozent Punkte von ungefähr 35 auf ungefähr 50 innerhalb von 10 Jahren und bei den 12 bis 17 jährigen ist der Anteil im Vergleich zu 2019 praktisch unverändert 9,3% aber im Vergleich zu 2011 deutlich auch gestiegen da waren 6,7% also von 6,7% 2011 bei den jugendlichen Konsum Anteil auf 9,3% also also das ist schon auch ein erheblicher Anstieg und wenn man jetzt das mal vergleicht mit den anderen Drogen den legalen die da genannt werden im Bericht Rauchverhalten die Raucherquote liegt stabil auf historisch tiefen Stand 6,1% der Jugendlichen und 29,8% der jungen Erwachsenen gaben im Jahr 2021 an zu rauchen also die haben halt mehr als eine Zigarette so geraucht ab und zu mal mindestens das sind dann das gilt dann als Raucher also das waren 2001 noch fast 30% bei den jungen Erwachsenen und also 2021 waren 30% aber es waren früher viel mehr also die 18- bis 25-Jährigen waren im Jahr 2001 44% und die 12- bis 17-Jährigen 27,5 also nochmal von vorne Rauchverhalten die Raucherquote liegt stabil auf historisch tiefem Stand 6,1% der Jugendlichen und 29,8% der jungen Erwachsenen gaben im Jahr 2021 an zu rauchen im Jahr 2001 waren es 27,5% der 12- bis 17-Jährigen und 44,5% der 18- bis 25-Jährigen deutlicher Rückgang bei den Tabakrauchern ziemlich klar Übrigens ist natürlich der Vergleich von 12-Jährigen mit 17-Jährigen die in einen Topf zu werfen Blödsinn von daher wer das genauer wissen will möge da nochmal einen Blick reinwerfen direkt in die Studie ich habe tatsächlich auch nur die Pressemitteilung gelesen Stress und so habe ich ja gesagt aber wer das genauer wissen will das ist aufgeschlüsselt da jedenfalls war das immer so direkt nach Jahrgängen dass man dann eben einen sinnvolleren Vergleich hat wie sich das jetzt meinetwegen bei den 17-Jährigen entwickelt hat und nicht bei den 12-17-Jährigen das ist natürlich gerade beim Cannabiskonsum liegen da Welten dazwischen das ist ja der Durchschnitt der sich dann da ergibt zum Alkohol Die neuen BZGA Studienergebnisse zeigen dass aktuell 8,7% der 12-17-Jährigen Jugendlichen regelmäßig also mindestens einmal wöchentlich Alkohol trinken also wieder 12-17 da sind mit Sicherheit nicht viele 12-Jährige dabei die mindestens einmal Alkohol trinken pro Woche aber dann auch deutlich mehr 17-Jährige als 8,7% das ist ja der Durchschnitt Im Vergleich zu 21,2% im Jahr 2004 hat sich der Wert deutlich reduziert und erreicht den niedrigsten Stand seit Beginn der Beobachtung also die Jugendlichen 12-17 2004 waren dann noch 21% die jede Woche saufen oder Alkohol trinken jetzt nur noch 8,7% weniger als die Hälfte das ist auch ein sehr deutlicher Rückgang auch bei jungen Erwachsenen im Alter von 18-25 Jahren ist der Anteil der regelmäßig Alkohol trinkt gesunken lag er im Jahr 2004 bei 43,6% sind es aktuell 32 also auch da über 10% Punkte Rückgang in 15 Jahren beim Alkoholkonsum regelmäßig im Sinne von mindestens jede Woche Rausch trinken ist auch weniger geworden also kurzfristig gesehen jedenfalls von 2019 auf 2021 was als Grund angegeben wird ein möglicher Grund für diese Entwicklung ist dass es aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weniger Konsumanlässe gab also Rausch trinken im Sinne von fünf Drinks oder Watt also richtig sich die Kante geben und ordentlich besoffen sein das hat auch nachgelassen von 2019 auf 2021 die sagen wegen Corona und ich sage jetzt hier nochmal wenn wir schon am interpretieren sind gemeinsam die BZGA und ich die mögliche Ursache für langfristig sinkenden Alkoholkonsum drängt sich auf steigender Cannabiskonsum das ist also wesentlich mehr geworden und von daher liegt das nahe dass eben dann die Leute weniger Alkoholkonsum konsumiert haben deswegen was eben auch zeigen würde wenn die Theorie richtig ist dass Cannabis nicht zusätzlich zu gleichbleibendem Alkoholkonsum konsumiert wird dass man dann also doppelt so viel Drogen nimmt Alkohol und Cannabis jetzt auch noch alles auf einmal und irgendwie total die ganze Zeit super dicht ist sondern eben dass dann entsprechend auf der anderen Seite weniger Alkohol getrunken wird das wäre natürlich nochmal würde die Sache ein bisschen entdramatisieren wenn das einfach nur um eine Verschiebung geht ist das natürlich was anderes als wenn das oben drauf kommt und was eben auch diese Daten eindeutig zeigen ja Repression ist nicht geeignet den Konsum von Rauschmitteln zu senken ja das gerade auf diese langfristige Sicht gesehen ja wo das ein stabiler Trend ist und nicht nur so jahresmäßige Schwankungen ganz klar bei den legalen Drogen ist der Konsum zurückgegangen deutlich zurückgegangen bei den illegalen Drogen Cannabis ist er angestiegen wir müssen legalisieren um unsere Kinder zu schützen ja denk mal an die Kinder legalisieren dann sinkt vielleicht der Cannabiskonsum und bis jetzt ist er halt die ganze Zeit nur gestiegen gut soweit das war sodass ich mal noch kurz gesehen habe ich habe jetzt nicht groß recherchiert verzeiht mir wenn jetzt in dieser Ausgabe vielleicht wieder irgendwelche wichtigen internationalen Themen fehlen ja für Internationales hatte ich keine Zeit zu gucken ja wie auch ein paar nickische Kleinigkeiten die ich sonst in deutschen Medien schon mal noch finde Recherchezeit war gegen null mal wieder und ich fürchte nächste Woche ist das wieder so ja aber wir machen auch wieder News jetzt gibt es aber nur noch Termine und zwar Ortsgruppentermine im Wesentlichen mal wieder in Konstanz trifft sich unsere Ortsgruppe am Freitag 24. Juni was heute ist ja also schnell hinlaufen in Oldenburg Sonntag 26. Juni online Ortsgruppentreffen in Halle gibt es einen Infostand zum Thema Eigenanbau Mittwoch 29. Juni dann noch Online-Veranstaltungen oh da würde ich das ärgert mich ja wie soll Cannabis legalisiert werden grüne Ideen und eure Meinungen online Mittwoch 29. Juni 19 Uhr mit Kirsten Kappert-Gonter wenn ich das richtig gesehen habe wo eben auch Feedback zum Cannabis normal also zum Cannabis Kontrollgesetz der Grünen gegeben wird ja da die haben ja die sind ja die Einzigen die ein Riesending schon mal vorgelegt haben und wo man hier an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Änderungswünsche hätte ja da würde ich zu gerne mitdiskutieren so eine Mini Kanoko sozusagen aber da bin ich dann wieder beim Briefing-Termin mit Blinat für die nächste Anhörung wieder bitte aufzeichnen das Ganze ja da die Organisatoren das wäre super Hamburg trefft sich die Ortsgruppe Donnerstag 30. Juni Heidelberg Montag 4. Juli hybride Teamsitzung und Konstanz Online-Treffen der Gruppe Dienstag 5. Juli so liked uns abonniert uns drückt uns und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal January bis zum nächsten Mal – bis zum nächsten Mal –